Und wieder ein bisschen hoch, außer dann müssen wir eventuell auch mal wieder ein bisschen hoch pushen. Drachenfeste, hier würde ich auf jeden Fall so ein Dolch mal klein machen. Vielleicht auch mal ein paar Sachen verzaubern. Zwergenachs noch nicht auseinandernehmen, weil man könnte jetzt mehrere Sachen dann damit verzaubern, aber dann kriegt man nicht dasselbe raus. So, Gegenstand. Altes Nordschwert. Ne, ich will entzaubern. Das hier ist ja das selbe Prinzip. Habe ich gelernt, als hätte ich das Feindschutz. Darf ich das verstärken? Ich will ja schon gerne lernen, aber... Dafür geht dann der Gegend schon auch kaputt. Kann ich hier sowas verzaubern? Mit Furcht Magiker verstärken. Ach, achso, okay. Magiker Schaden, 15 Punkte. Ich bin hin und her gerissen bei dem Ding. Das lassen wir erst mal noch. Erst wenn die dann komplett aufgebraucht ist oder so. Ich würde das Ding aber gerne mal wieder aufladen. Das war ich erst, wenn es nötig wird. Gut, dann auf zur Hauptquest. Ne, Bogen verzaubern kann ich auch nicht. Das wäre ja sonst aufgeführt worden. Können wir noch machen. In der Schmiede eventuell ein bisschen rumhampeln. Wann soll ich denn überhaupt hin als nächstes? Ach. Müssen wir wieder... Äh... Da hinten. Müssen wir da hin? Was ist ja beides hier hinten? Ach. Komm. Ihr foppt mich doch. Das sind halt, äh... Ach, ich muss ja... Oh, Mann. Komm schon weit weg. Jetzt muss man bisschen laufen. Naja. Dann gucken wir uns, was wir auf dem Weg noch so finden. Da ist ja bestimmt ein bisschen was. Aufregendes. Dann können wir ja praktisch direkt dann nach der Mission, nach der Quest, äh, bei dem anderen weitermachen. Das scheint mir ziemlich sinnig zu sein, wenn das auf einem Weg liegt. Also, kann ich hier gerade noch irgendwas verbessern? Ne, muss ich da... Das kann ich hier. Äh, da muss ich an das... Geht aber gerade natürlich nichts. Gut. Äh... Auf, auf. Auf. Hm, 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 hm. Und jetzt immer ein Gendorden. Gebt Gas. Für nachts raus geht immer voll die geile Idee ist. Ohne Ausnahmen. Das ist immer geil, wo man nachts raus geht, in welchem Spiel das ist. Das ist immer super. Da kann einem nichts passieren. Ich höre da irgendwelche Geräusche. Das ist voll schlimm, da hinten ist ein Elch. Da haben sich glaube ich Leute eingenistet in der alten Burg. Was geht da vor sich? Freunde oder Feinde? Das sind Freunde, das sind bisschen von der Wache. Da stehen wir hinterher. Was ist denn das? Vollgepinseltes Vieh. Das ist alles niedergebrannt. Ich glaube es sind Feinde da oben. Oder wenn sie sich so verbarrikadieren. Daumen? Da... 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 offensichtlich feinde vielleicht trifft nix soll ich mhm ha ha give me more toll was hat der arme da in ruhe mal eben zuerst so als nächstes so gold was ist denn da da sag doch was so aber jetzt mal eben bevor wir hier drauf gehen was hat der Ach, Kripptreffer. Ist noch jemand? Hat die irgendwas? Och, Schafall. Warum nicht? Dietrich haben wir auch mitgenommen. So, was haben wir denn hier? Festung Graumohr. Was haben wir davon? Ich wollte einfach nochmal wieder irgendwas machen. Muss jetzt auch noch nicht genau warum. Ich soll irgendwas tun. Von hier kommt man wahrscheinlich auch hier rein. So, alle die da waren, sind schon tot. Ist auch praktisch. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hier sind. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Ach, komm mal, irgendwann anders. Auf dem Rückweg oder so. Wenn wir ein paar Level dazu gekriegt haben. Ich trau nicht zu niemandem hier. Da hinten fliegt ein Drache. Das ist ein Mammut. Ich glaub, die tun nichts, wenn man nichts macht. Meines Halbwissens nach, sind die recht friedlich. Es sei denn, man nervt sie. Da hab ich aber auch schon wieder so toll, so ein Friedhof des Dingens. Sind die Agro? Ich glaub nicht, ne. Es sind einfach nur sehr große Viecher, die einem nichts tun wollen. Nö, wenn man nichts macht, dann ist es alles okay. Ich denk' aber, ich hör' hier irgendwas, aber hier ist ja nix. Mein Gott, wie weit ist es denn noch? Was läuft da unten rum? Friendo oder nicht Friendo? Friendo. Ihr da, äh, Bürger, der Zutritt ist hier verboten. Warum? Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Was? Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Er damit, Bürger. Ähm. Töten wir oder nicht töten? Na schön. Wenn ihr kein Geld habt, bezahlt die... Natürlich, natürlich. Ähm. Warum leben? Ähm. Halt. Das aber ist ein Wasser. Ja, ja. Ja, ja. Waffen aufladen. Waffen aufladen. Waffen aufladen. ich höre noch geräusche so ja nix dabei das ist doch mal nehmen die haben hier wahrscheinlich auch schon geprühen hat die frage was ist hier passiert warum sind die alle laggisch das ist ein drache den wollen wir aber überhaupt nicht treffen ich wollte unbedingt noch ein zauber zum seele einfangen glaube ich haben wir da welche von wieder herstellung zu stürmen nein leuchte schreie kräfte haben wir gar nicht dann sonstiges seelenstein gewöhnlicher seele waffen ladung haben wir ein paar von so easy geht das da ist ein riese mit dem wir nichts zu tun haben das ist ja schon gewaltig und sie eigentlich nicht die ladung dafür zu verschwenden aber na jo sind das hier jetzt nur mal eben bruchzahnhöhle vertrauenserweckend ist da irgendwer ne hätte sich gerade an als hätte mich irgendwie angegriffen oder so dann ist noch ein drache mein gott und dann her das ist einfach eine gilde was soll das für eine gilde sein was soll das für eine gilde sein was soll das für eine gilde sein und dann schließen wir uns noch einen wolf äh wir schießen uns einen wolf also einfach um die schießkunst ein bisschen zu verbessern Mensch wir sollten noch langsam ankommen wie weit ist es denn noch das ist ein drache der läuft amok karte da hinten ist ein alter spiel da ist ein dorf unten dran so können wir den irgendwie nieder machen das eine art drache ist das der drache ich fürchte fast ist es der drache das war Alduin der war immer weiter fliegt jawohl nö von dem will ich doch gar nicht er will sich auch mal nicht weiter einmischen wir gehen mal dahin ich habe eben nicht dass das noch eine blöde idee ist noch passiert war passiert ja nicht nur gut aus solch wenn ich mal das dorf als bezugspunkt fest freimachen beteiligt er ungemütlicher vorigster welch idyll alles in ordnung alles toll tipptopp hier noch was zu tun kriegen der entfernung von weißlauf aber sie soweit so weit in handelung spielraum haben das ist doch mal wieder erraschend mein gott ist alles weit weg ich glaube es geht los oder schlammkrabbe angekündigt werden das ist doch was wo laufen wir gerade hoch ist das hier okay wenn ich nur hochlaufen oder macht das kein sinn wahrscheinlich macht es wieder keinen sinn so wie ich mich kenne ich laufe einfach irgendwo hin und dann ja dann sind wir hier halt falsch net so kleines dörfchen so nochmal geschwind hier runter zu hangern da klappt auch da klappt was ist denn das hier ich weiß nicht wohin ihr geht aber haltet euch von der mine fern die ist nicht sicher wir sind auf eine alte krypta der nord gestoßen da wimmelt es von draugr diese ganzen und toten halten uns vom schürfen ab ich würde da nicht runter gehen okay wir müssen immer traurig klatschen ich habe schon wieder ein drachen das ist ja schlimm wir halten die mine geschlossen bis die gruft gesäubert ist ja mache ich noch aber nicht hetzend von anderen sachen zu bringen überall schreien hier die drachen da ist er ja oh halt muss man eben wechseln. Oh, halt! Mist. Was ist der denn? Hat er! Komm er wieder runter. Äh, komm er eventuell. Komm er wieder runter. Komm er wieder runter. Komm er runter. Komm er runter. Oh, wieder heilen. Wachenkämpfe sind immer ein bisschen... Uah, langweilig. Nicht langweilig, sondern langwierig. Ich sag mal, wie er doch noch brauchst du, dann höchst du in fünf Sekunden. So, weggebeampt. Mainz. Äh, merken. Hier ist noch Zeug. Granatstein. Feile. Also hier bei der Bine ist noch ein Dach. Kadaver. So, Hip-Hop-Purey. Einmal bald den Frostatemleeren. Witzig. Die sind uns freundlich gesonnen. Die nicht, die nicht, das weiß ich jetzt nicht. Ach, du scheiße, ist so ein Hexenviech. Viech. Ich stehe doch hinterm Berg. Genauso ein Hexenrabe ist das. Ja, geh ruhig noch weiter weg. Ich treffe nichts. Doch. Wo kommen die ganzen Leute denn her? Och, Mann. Das ist gut. Aber, ist es ja. Ah, krack mir, geht es nicht hin. Hm, okay. Noch einer? Hm, hm? Oh, oh. Äh, Gas. Bin ich lahmarschig. Weil... Oh mein Gott. So, jetzt geht es wieder. So, weil wir ein bisschen catchen hier auf dem Weg. Na? Oh, komm. Oh, komm. Nein. Nein. Das war's für heute. So. Gekrittet. Da gibt es ja noch viel mehr. Hat den irgendwas dabei? Pfeile durch Stab der Blitze. Mal mit. Mal mit.